Ja, meine liebe Dallgemeinde, das war mal ein Heimmeeting ganz besonderer Art. Ich danke an den Kollegen und Kolleginnen, ja, lebt euch zurück und anspannt. Kannst du zu den Säulen dahin gehen? Gibt das? Welche Säule? Hier hinter dir, die Säule da. Achso, jawohl. Da musst du aber kurz ein bisschen näher ran, dann kann ich, komm ich vielleicht an dich ran. Oh nein, ich komm nicht an dich ran. Nein, verfall mich. Nicht, dass du mir da runterfällst. Oh nein. Es ist voll schlimm. Scheiße, ich guck dich an dich ran. Hier sind zwei Vögel, die bauen ein Nest, die gucken mich gut. Scheiße. Der eine hat mir eben gegenüber einen Schuh gepickt. I can believe I can fly oder was? Jetzt weiß ich, wie sich... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Guck da, jetzt weiß ich, wie Kinko uns nicht gefühlt hat. Ich frage mal nicht, wie du das geschafft hast, ne? Nein, ich frage bitte nicht. Ist mir schon peinlich genug. Aber was für keine Sorge ist, soll ich dir irgendwas essen, trinken, runterschmeißen? Alles gut, ich bin... Mir ist nur ein bisschen kalt. Au. Ich höre euch, wie ihr so lacht über mich. Das finde ich voll unverschämt. Nein, wir lachen nicht. Alles gut. Wir lachen noch mit dir. Da, der Vogel kommt immer näher. Der will mich hier unterschmeißen. Geh weg. Du Scheiße. Der hat sich verliebt. Der ist voll aggressiv. Der zwinkert so komisch. Geh weg. Fick mir meinen Fuß, du Scheiße-Vogel. Hast du... Danke, dass du mich gefangen hast. Alter, ich schieb mich jetzt da drunter, Kollege. Hier, ich geb dir einen Fallschirm. Danke schon. Oh, pass auf, Lucy. Lucy. Und den legst du jetzt an, ja? Ja, ich muss gucken. Dann gehen alle und wir nix da drunter. Wer hupt denn da wie so ein Kranker? So. Okay, halt so, fuck, ey. Und gleich in der Luft einfach schlagen, ja? Lucy, die neue Anweisung. Wir gehen da unten auf die Straße, okay? Wie schlag ihn? Äh, alle Fallschirren. Einfach schlagen. Schlagen? Schlag einfach um dich herum, okay? Warte mal, ich weiß nicht, wie man schlagen tut. Oh, ach. Oh Gott, bitte nicht. Oh nein. Oh nein. I believe, fuck she. Ah! Au, 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 au. Oh, was? Ich hab doch mich... Ich hab doch mich geschl... Ich hab doch geschl... Ich hab doch geschl... Ich... Ich... Ach, du Scheiße! Ich habe mich herumgeschlagen. Ich habe mich herumgeschlagen. Ich habe mich herumgeschlagen. Hör auf. Oh mein Gott. Puh, ich habe richtig aus den Augen geschwitzt. Ich danke euch. Das war echt sehr lustig. Wir hören uns schön entspannt bleiben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.